Sie brauchen eine Computertomographie oder eine Magnetresonanz-Tomographie? Wir von netdoktor.at helfen Ihnen dabei, rasch einen Termin zu finden. Im letzten Sommer hat es zwischen den Röntgeninstituten und dem Hauptverband der Sozialversicherungsträger eine Vereinbarung gegeben, dass eine dringende Untersuchung, wenn z.B. Krebsgefahr besteht, innerhalb von 5 Tagen angeboten werden muss, eine CT-Untersuchung innerhalb von 10 Tagen und eine MRT-Untersuchung innerhalb von 20 Tagen. Weiters wurde vereinbart, dass diese Wartezeiten auf der Homepage des Institutes angegeben werden müssen. Wir von netdoktor.at haben diese Daten gesammelt, haben sie regional geordnet, nach Zeiten geordnet, für ganz Österreich, in jedem Bundesland und Sie können mittels Mausklick das innengenehme Institut rasch finden. Bitte nicht vergessen telefonisch den Termin bestätigen zu lassen und die Überweisung des Arztes mitzunehmen. Foto wird mitzunehmen. Nach Anja? Vielen Dank.